Hallo Leute, Willkommen wieder zu einem Video von ClankMarco. Dieses Mal geht es wieder mal um eine DVD-Box, und zwar um Columbo, die komplette neute Staffel. Ja, hat 1999 gekostet, von der FSK 12. Ich sende das Cover, hier seitlich. Hinten steht auch um die komplette neute Staffel. Ich hätte noch eine Frage, Peter Falk als Inspektor Columbo ist zurück mit 10. Neuen, zeitlos, aktuellen Kriminalfällen in Spielfilmlänge. Dabei gerät der schulige Inspektor mit dem Trenchcoat diesmal sogar selbst in Schusslinie. Doch, auch Zahnärzte und so weiter. Episodenmord nach Termin Ruhe sanft, Mr. Columbo, schleichendes Gift, niemand stirbt zweimal. Lucifer Schüller, der erste und letzte Mord. Tödliche Liebe, tödlicher Jackpot, Bluthoffzeit, ein Spatz in der Hand. Ja, also hier sehen wir es auch schon. Das Ganze dauert 15 Stunden, 5 Minuten, Sprachen Deutsch-Englisch, Untertitel Deutsch-Englisch, Menü Deutsch. Ja, machen wir es mal auf. Okay, das ist... Ja, hier geht es auch. Auswich halt. Ja, ein bisschen schwer. Ja, das ist mir nicht so ganz. Ja, da müssen wir zuher damit umgreifen. Ja. Jetzt haben wir hier ein Messer. Und damit geht alles besser. Glaube ich halt. So. Das gibt es ja nicht. So, jetzt ist es offen. Hat zwar ein bisschen länger gedauert, aber ja. Kann man nichts machen. Ich werde dich wahnsinnig. Ja, ich werde wahnsinnig. Ich steche dich noch einmal durch. Hey, das will halt echt nicht. Das will ich so ganz. So. Das ist alles so. Oder noch immer nichts. Das ist meine Güte. Also langsam macht mich diese Box echt schon wahnsinnig. So. Das reicht. Irgendwann wäre ich wahnsinnig und da will ich nicht mehr. Raus damit. Oder damit so. Disk 3. Haben wir alle einzelnen in Hüllen verpackt. Also nichts Besonderes mit dem ganzen Disk Kallorum. Wird bei den anderen auch so sein. Ja. Insgesamt sind es drei Hüllen. Der Inhalt ist leer. Ja, also hier sehen wir nochmal alle drei. Dann will ich nichts Besonderes von dem Inhalt her. Ah ja. Und die Hülle ist natürlich auch als Pappe. Gut. Dann bedanke ich mich trotzdem fürs Zuschauen. Auch wenn dieses Video ein bisschen länger gedauert hat. Durch das... ...blöde Missglück mit dem scheiß Plastik. Ach, trotzdem. Also mir geht es gerade so wie ihm. Ich halte auch gerade meinen Kopf. Weil ich schon keine Nerven mehr habe mit dem Behindertenplastik. Aber ja. Ich wünsche euch trotzdem mehr Glück. Wenn ihr auch ein Unboxing macht. Oder sonst kein Glück gehabt. Oder sonst irgendwas. Naja. Trotzdem. Danke fürs Zusehen. Kommentiert und bewertet. Ich wünsche euch was. Euer Kling's Marco. Paolo Verbot. Vielen Dank.